hello sehr und herzlich willkommen zum neuesten crowdfunding überblick für diese kalenderwoche ich habe ja mindestens zwei spannende titel für euch warum mindestens zwei ein dritter hat sich sozusagen noch mit reingeschlichen nämlich post human saga das spiel kommt von taverna ludica jetzt auf deutsch und es ist ein kompetitives spiel deshalb als eigentlich auf dem kanal nichts verloren aber es hat auch ja diese bei euch sehr beliebte und auch bei mir sehr beliebte idee von halt einem spiel in der post apokalypse und ich habe dazu ein video gemacht gehabt ich glaube es war im april oder anfang mai also schon ein bisschen her zusammen mit marcel der von herr der spiele der hat nämlich post humans saga gespielt und ich habe ja waste nights vorgestellt was ja bekanntlich mein highlight des ersten halbjahres war und da haben wir das so ein bisschen miteinander verglichen also wenn ihr leute seid die nicht nur kooperativ spielen sondern sich auch solche spiele angucken ja und das thema geil finden dann empfehle ich euch hier meinen der schmiede vorbeizugucken marcel hat da auch mehrere videos zu gemacht aber wenn ihr halt das vergleichsvideo anguckt dann wisst ihr okay was ist was für euch wenn ihr zum beispiel waste nights gut fandet was findet ihr hier bei post human saga wieder und was findet ihr halt nicht wieder ja das soll ich halt helfen bei der kaufentscheidung gut was starten denn für kooperative titel diese woche da haben wir auf der einen seite almost innocent ein kooperatives deduktionsspiel da gibt es ja einige von das spiel macht aber auch ein bisschen was besonderes die board game geek seite gibt nicht sonderlich viel her wir befinden uns hier im universum also der hidden leader welt und grundsätzlich geht es darum wir waren wenn ich das richtig verstehe in einer taverne und da ist alles ein bisschen ja außer rand und band gegangen und wir sind jetzt alle angeklagt und beschuldigt jeder von uns in beim spiel ist von einem hat andere unterschiedliche anschuldigung bekommen und jeder hat sozusagen informationen über die anderen aber keine informationen über sich selbst das ist ja der witz des spiels wie spielt es sich ihr habt hier ein großes tableau mit verschiedenen abbildungen und wenn ihr dran seid dann könnt ihr zu einer spalte oder zu einer zeile konkrete fragen stellen ob dort einzelne hilfreiche symbole sind ist da etwas was ich suche sind da mehrere drin die ich benötige ja daran orientiert sich das wählt also die richtige frage was der bei deduktionsspielen häufiger der punkt ist und dann ist euer ziel gemeinsam dass jeder sozusagen seinen fall lösen kann und seine unschuld beweisen kann aber nur mit der hilfe der anderen denn keiner weiß so wirklich was da passiert ist bei dieser kneipenschlägerei sage ich jetzt mal und es muss irgendwie alles entwirrt werden ihr merkt da ist so eine geschichte dahinter und das ist das besondere an diesem spiel ich mag deduktionsspiele bin ich ein großer fan von die sind aber meist doch sehr abstrakt wenn ich jetzt zum beispiel von diesem jahr hier unser mit der queen of hearts zum beispiel nehmen wir das spiel pain to roses war der name musste noch mal überlegen das war ja auch ein sehr schönes deduktionsspiel was mir gut gefallen hat auch ein tolles material aber natürlich die geschichte dahinter ja die war da aber nicht wirklich nicht wirklich der fokus dieses spiels was ja auch in ordnung ist und hier ist es aber so dass es durch eine kampagne gehen soll und sie sagen halt ist eine kombination aus social deduction und story travel und das finde ich interessant auch in dieser etwas verrückten welt ja und da bin ich gespannt mal gucken wie groß der sprachaspekt sein wird weil er story spiele will man ja in der regel dann doch lieber auf deutsch habe ich glaube aber dass der nicht so enorm ist und deshalb könnte das interessantes projekt sein auch mal gucken wie allgemein der preis ist ja und der 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 große player diese woche ist kinfire chronicles nightfall das habe ich glaube vor zwei wochen schon vorgestellt gehabt und habe da schon drüber berichtet gehabt dass es ein quest basiertes rollenspiel sein soll von keinem geringeren wie kevin wilson kevin wilson hat verschiedenste spiele schon gemacht war unter anderem bei arkham horror mit daran beteiligt also wenn es um crawler geht wenn es um abenteuerspiele geht ist er eine große eine feste instanz in der brettspielwelt und da muss man immer aufhören wenn so ein entwickler ein spiel macht das ganze kommt mit standys keinen miniatur namen das würde ich noch mal sagen bevor ich es wieder vergesse das habe ich beim letzten mal nämlich nicht gesagt habe ich mir extra hier noch mal eine notiz gemacht jetzt muss man ja die frage stellen es kommen ja nämlich wöchentlich aber pro monat kann man eigentlich schon sagen wirklich eigentlich interessante dungeon crawler story driven games auf dem markt jetzt nicht zuletzt ja auch nano list zum beispiel was sogar aus deutschland kam und man muss ja immer schon die berechtigte frage stellen was ist jetzt der unique selling point also warum jetzt dieses spiel was macht dieses spiel besser als andere ich bin da nicht so streng wie marcel zum beispiel der es dann immer sagt ja wenn ich das habe brauche ich nichts anderes mehr oder becky von der nische der ist da immer so ein bisschen eigen aber er sagt das mag ja jeder für sich entscheiden ich bin jemand thema ist mir sehr wichtig und ich kann auch ein spiel oder kann auch mehrere spiele parallel haben besitz haben wenn sie die gleichen oder die gleiche mechanik anbieten wenn sie aber eine andere geschichte mir bieten anderes spielgefühl geben ja und wie gesagt das näher am ende eine persönliche entscheidung aber grundsätzlich müssen wir uns alle die frage stellen unser platz zu hause ist endlich unser geld ist endlich nicht zuletzt jetzt in der ganzen inflations phase aber vor allem und das ist glaube ich der der wichtigste punkt unserer lebenszeit ist endlich und wenn wir jetzt hier wieder eine kampagne haben mit 15 plus quests jede 45 60 minuten wir wissen immer wie realistisch das ist da müssen wir uns mal die frage stellen wann wollen wir das alles spielen und da müssen spiele natürlich jetzt mit einer überzeugenden mechanik kommen was neuem oder altes clever verbinden so dass mich das triggert und ja interesse bei mir schafft ich glaube euch geht's ganz ähnlich ja was hat dieses spiel es hat einen hauptmechanismus der es besonders macht also kevin wilson hat sich überlegt er will jetzt nicht das x-te würfelspiel machen das heißt dieses spiel soll keine würfel enthalten stattdessen gibt es so eine sogenannte destiny also schicksalsbeutel und darüber wird vor allem initiative gesteuert sind token drinnen von den helden den sogenannten seekers und es sind dort aber auch token drinnen von den gegnern und wenn die gezogen werden sind die dann dran und jetzt könnt ihr natürlich mit zählen aus diesem beutel und das ist natürlich man hätte es vielleicht auch hat er selber euch auch gesagt es gibt ganz tolle diaries kann ich sehr empfehlen hier mal so durchzulesen wo verschiedene informationen und sowas drin sind genau hier war das wo kevin wilson selber über diese destiny bag spricht ich verlinke euch das und mit rein packt links und rein man könnte es auch über karten machen können aber ein ganz cooles system ist hierbei was er sich auch mit überlegt hat ist um halt nichts ist komplett zum zählen zu machen ist dass man so einen gewissen grad hat von also so ein zeitgrad und timer nämlich es werden fünf zeitsteine drin sein wenn vier davon gezogen werden dann wird die wird der beutel so wieder neu zurück gesetzt und die alten togen kommen wieder rein das heißt ihr habt so einen gewissen aspekt drin aber was auch sehr schön ist was ich auch finde es ist ja immer ein glückselement auch mit ich finde es immer spannend wenn es die möglichkeit von manipulation gibt des beutels das kann hier durch bestimmte trocken die sind aber sehr selten mit mit eingesetzt werden das finde ich immer ganz spannend es muss natürlich kosten haben das natürlich sind natürlich taktische entscheidungen es wird auch chips drin geben die sozusagen frei sind wo dann die gruppe diskutieren kann wer ist jetzt dran ja also es klingt für mich als er sehr spannend und interessant dazu kommt wir müssen verschiedene aufgaben erfüllen und jeder hält hat ein einzigartiges deck das besteht wenn ich es richtig verstanden habe zu spielbeginn aus insgesamt 18 karten neun basic action cards und dann booster cards die karten sind eingeteilt in drei kategorien wie man es aus vielen anderen spielen kennt ist dann grünes geschicklichkeit rote stärke blau ist magie und die sozusagen sind natürlich unterschiedlich ausgeprägt wenn ich jetzt ein magier spiele hat der natürlich mehr magie sachen drin als wahrscheinlich stärke und bogenschütze geschicklichkeit ihr kennt das ja und dann gibt es die booster karten und das system der booster karten finde ich wirklich cool weil wir kennen das aus vielen spielen wo wir ganz starke besondere karten haben die uns stärker machen uns hochleveln und gerade spiele ich ja reise durch mittelerde und dort haben wir das auch mal so mit kartendecks und auch die machen das sehr schön nämlich viele der karten und sie wollen den fokus hier bei kindfeier noch stärker drauf setzen boosten nicht euch selber sondern eure mitspieler und das macht die sache vor allem dann kooperativ das ist ja immer auch die frage wie kooperativ ist am ende so ein spiel oder schnell sitzt sich einer dadurch und die anderen brauchst du überhaupt nicht das ist ja eine große kunst beim designen von solchen spielen und das finde ich interessant also die helden sollen sich asymmetrisch spielen und sie sollen sich gegenseitig unterstützen und im verlauf der geschichte soll auch dieses deck natürlich noch einzigartiger werden mit entscheidung die ihr trefft wie viele spiele aktuell soll es auch ein tutorial geben am anfang so ein kleiner kampf sozusagen euch gezeigt werden später dann abenteuer und später dann die stadtphase also die verschiedenen elemente die reinkommen die interaktion mit npcs und ja also das klingt sehr interessant auch ein fail-forward system das heißt ihr müsst keine mission wiederholen ja also ein rundes paket interessant ohne würfel obwohl ich ja jemand bin der gerne würfelt aber ich bin auch immer für was neues offen was ja begründet neue wege geht und er will halt nicht das x-te würfelspiel machen in kombination mit den karten in kombination mit der möglichkeit zu manipulieren ist das ein interessantes projekt sie haben auch schon also das projekt sollte eigentlich schon starten haben setz noch mal verschoben weil sie auch bei der janker noch mal ein bisschen feedback bekommen haben haben an den karten noch mal ein bisschen rumgearbeitet es wird eine vorteiler app geben es wird einen pledge sozusagen geben genau für 99 dollar seite jetzt hier in der standard version drin 1200 karten 100 mb ist schon wahnsinn was da wieder drin ist im retail wird 150 dollar kosten das muss man sich natürlich immer fragen lohnt sich kickstarter da eigentlich noch denn sicherlich noch wert dazu und natürlich der versand ja aber diese ganzen deluxe sachen das sind dann wahrscheinlich eher die sachen die interessant sind weil da kann ich mir vorstellen dass einiges davon einfach nicht in den normalen handel kommt dann mit spielmatte und also spielmatten 50 fate tokens und da wird das noch mal deutlich deutlich aufgewertet von der qualität her also ich bin gespannt es soll jetzt starten am 30 also wenn ihr das video seht morgen um am typischen crowdfunding dienstag ich bin gespannt was das für ein ding es ist wie ein projekt was ich sehr gerne und interessiert verfolge und dann am ende gucken werde ob es so viel neues für mich bürgt dass ich sage dass ich hier in summe einsteigen möchte ja ich bin gespannt schreibt mir gerne in die kommentare was ihr davon haltet was ihr von dem spiel denkt ob ihr auch aufgrund des namens allein schon kevin wilson da neugierig seid und mit einsteigen wollt ja ich wünsche euch eine schöne woche eine sache noch kurz zum schluss nächste woche bin ich bei den b-rex pressetagen das sind die dort war ich ja letztes Jahr auch schon dort werden die spiele präsentiert rund um die spieleschmiede und ja bin gespannt was ich dort zu sehen bekomme wenn alles klappt komme ich sonntag wieder dann habt ihr sonntag auch noch ein video wo ich darüber rede mal gucken ob ich das sonntag schaffe wenn ich dann montag oder dienstag kommt das hoch und ja dann werde ich euch meine eindrücke von diesen event dort in mersemburg bei mir um die ecke nur eine stunde entfernt berichten jetzt aber wünsche euch eine schöne woche bleibt gesund bis dahin ciao ciao